so meine damen und herren und recht herzlich willkommen zu einer neuen aufnahme es gibt wieder mehr videos heute haben wir die frankfurter main mod haben wir schon den ersten notfall einbekommen freundfunkstelle frankfurt mit der einsatz 183 einsatz 183 heute morgen in jede menge videos macht die voraussichtlich am samstag alle dann hochgeladen werden dass es wird so ein wirklicher hochlademarathon also ich suche mir die mod willkürlich diesmal raus normalerweise gehe ich chronologisch vor ja normalerweise normalerweise habe ich schon lange kein video mehr von meiner seite gehabt aus privaten und öffentlichen gründen war das halt nicht mehr so machbar fahrzeug fahrzeug hinhört höre wenn unterwegs ist los geht es könnte vorkommen dass das spiel abstürzt frankfurt von 85 83 kommen die leitfunkstelle frankfurt kommen wir brauchen ein nef was geht achtung leitfunkstelle frankfurt mit einsatz 181 ansatz hiervon sein nicht irre haben wir unter dem rettungsheddy fahrzeug 1 wunderschönen gerät hier zum einsatz fahrzeug sieht noch alles sehr schön aus und wir warten jetzt bis der in 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 Das hat ein paar Wohler, aber so ist es Wohler. Fahrzeug von 16, was ist da? Was gibt's? Wohler, das ist sehr gut. Ist in Arbeit. Ja, schon unterwegs. Das ist ja ernst. Das ist gar nicht ganz mutfähig. Was gibt's? Also die Person ist ja minimal. Also Einstellung übrigens hier bei EM4 ist bei mir immer auch schwer. Wenn ihr schon mal Bescheid wisst, also ich bin generell EM4 immer auch schwer. Was gibt's? Was gibt's? Wird ausgeführt. Fahrzeug von 16 hört. Was gibt's? Bin unterwegs. Der EM4 flog wieder ab. Kann's sowieso nicht begleiten, weil nur eine Person im RTV sitzen kann. Ich würde das nicht schade finden, dass hier eigentlich bei fast jedem Einsatz immer ein Notarzt dabei sein muss. Das ist hier in Frankfurt. Das Sanitätsteam, das ich nicht verstehe eigentlich, nur für Leichtverletzte. Normalerweise hätten sie wie im Biberfelder zum Beispiel auch trotzdem schon einige verletzte Personen behandeln können, ohne dass gleich Fahrzeug 17 hört, was wieder zweiter Einsatz der Rotor zu draußen ist. Hallo Gen. Wir gucken uns die wunderschöne BF der Feuerwehr Frankfurter Main an. Dann haben wir hier vier RTWs zur Verfügung und dann haben wir natürlich noch die Wache 2. Wir sind gut aufgestellt, weil das nicht jedes Fahrzeug einsatzfähig ist. Wenn man sieht, hätten wir hier eigentlich mehr Rettungsmittel zur Verfügung. Fahrzeug 22 hört. Fahrzeug 18. Wir sehen schon alle hier, zwei Notärzte noch. Fahrzeug 10 hört. Fahrzeug 11 hört. Hier noch ein Notarzt, da noch ein Notarzt, noch ein Notarzt. Härte, wir hätten da sogar noch einiges mehr hier haben können. Leider ist das nicht so. Tor 2 hätte vielleicht auch noch ein Löschfahrzeug stehen können, Harleuf zum Beispiel. Ja, ist halt schon. Achtung, ein Taschendiebstahl wurde gemeldet. Der Täter ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. Ja? Ja? Hört für die Polizei. Fahrzeug 47. Hört. Hier auch sofort anrückt. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Fahrzeug 47. Hört. Heckwarner an. Ja? Roger. Auf dem Weg. Medizinischer Notfall. Eine Person steht unter Schock. Versorgen und abtransportieren. Eine Person, die unter Schock steht. Was gibt's? Verrufen. Ja. Zeit. Achtung, Achtung, Leitbuchstelle Frankfurt-Miller-Einsatz 78-83. Einsatz 78-83. Das ist die Leitbuchstelle Frankfurt im Notfalleinsatz für den Florian Frankfurt 40-82. Das ist die Leitbuchstelle Frankfurt im Notfalleinsatz für den Florian Frankfurt 40-82. Ich wiederhole. Notfalleinsatz für den Florian Frankfurt 40-82. In der Gehe. Heiliggeist. Fahrzeug 9. Ja? Los geht's. Medizinischer Notfall. Eine Person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt. Versorgen und abtransportieren. Ja. Aber wie es aussieht, brauchten wir da unten doch keine RTW. Äh. NLF. RTW schon. Aber nicht. NLF. Die Leitbuchstelle Frankfurt mit Einsatz 283. Einsatz für den 283. Ich hoffe jetzt, wir haben nichts von hier unten jetzt. Ja doch, wir haben Wunder unten. Dann ist es so, wir haben Wunder unten. Ja, wird ausgeführt. Ich finde es schön, dass es ein bisschen realistisch ist. Wir haben ja Rettungsdiensteinsätze als Feuerwehreinsätze. Wird aufgehend durchgeführt. Bei Eilchen sagt man manchmal so ein Brand gar nicht mehr so schlecht. Fahrzeug 19. Ohne Sonderrechte. Achtung, Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Auch die Fahrzeugfax. Frankfurt mit Ademierung. Ja? Ja? Tick. 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 Achtung, hier ist die Leitbuchstelle Frankfurt mit Einsatz für den 293. Stell Sie Einsatzbereitschaft her. SEG Stufe 2. Achtung, hier ist die Leitbuchstelle Frankfurt mit Einsatzgruppen, Transparen. Endes. SEG Stufe 2. Stellen Sie Einsatzbereitschaft her. Endes. Achtung, hier ist die Leitfunkstelle Frankfurt mit Primäreinsatz für den Christoph 2, wiederhole Achtung, hier ist die Leitfunkstelle Frankfurt mit Notfalleinsatz für den leitenden Notarzt zur Leitstühle überdraht, wiederhole Einsatz LNA zur Leitstühle überdraht, in Nöp. Ich hoffe, dass wir jetzt hier alle versorgen können. Fahrzeug 43, gehört. Fahrzeug schon unterwegs? Habe verstanden. Was gibt's? Schluss gemacht. Fahrzeug Eichstadt. Höre. Los geht's. Frankfurt von 85, 83 kommen. Leitfunkstelle Frankfurt kommen. Wir brauchen einen NDR. Frankfurt von 85, 83, gehört. Leitfunkstelle Frankfurt kommen. Wir brauchen einen NDR. Los geht's. Fahrzeug 30, gehört. Fahrzeug 32, gehört. Was geht's? Wird ausgeführt. Los geht's. Ja. Wird ausgeführt. Widerling Morlin. ulummär. Auf die Seite. Fahrzeug 30, gehört. Wind unterwegs. Los geht's. Fahrzeug verstanden. Fahrzeug 37, gehört. Fahrzeug 27, rested. Fahrzeug 26. Fahrzeug 32, fahrzeug 36, fahrzeug 25, ist in Arbeit, ist in Arbeit, höre, bin unterwegs, fahrzeug 36, fahrzeug 37, fahrzeug 19, höre, wird ausgeführt, fahrzeug 20, höre, auf dem Weg, fahrzeug 36, fahrzeug 28, was gibt, ist in Arbeit, fahrzeug 24, auf dem Weg, wird umgehend durchgeführt, fahrzeug 36, fahrzeug 25, fahrzeug 25, ja, wird umgehend durchgeführt, los geht's, führe, fahrzeug 26, fahrzeug 26, fahrzeug 26, fahrzeug 36, fahrzeug 29, ja, Fahrzeug 19 Was gibt es? Wird ausgeführt Leitfunkstätte Frankfurt Einsatz 1-18 Einsatz 3-18 Fahrzeug 19 Fahrzeug 24 Hören Wird umgehend durchgeführt Hören Auf dem Weg Hören Wird umgehend durchgeführt Ja? Wird gemacht Fahrzeug 1 Fahrzeug 12 Ja? Ist in Arbeit Was gibt es? Auf dem Weg Fahrzeug 35 Ausgelöst durch einen technischen Defekt Löschen Sie den Brand Transportieren Sie das Fahrzeugwerk ab Und wenn nötig versorgen Sie alle Opfer Und transportieren Sie sie ab Höre Fahrzeug 12 Fahrzeug 32 Fahrzeug 32 Wird ausgeführt Fahrzeug 17 Höre Fahrzeug 29 hört Fahrzeug 35 hört Fahrzeug 20 hört Fahrzeug 20 hört Fahrzeug 21 hört Fahrzeug 43 hört Fahrzeug 44 hört Fahrzeug 45 hört Es wurde ein Brandausbruch gemeldet Ursache unbekannt Löschen Sie die Brände Ja? 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 Fahrzeug 8 hört Fahrzeug 44 hört Ja? Fahrzeug 45 hört Fahrzeug 41 hört Fahrzeug 41 hört Höre Es wird ausgeführt Höre Die Werte tatsächlich machen Achtung Achtung Leitfunk Telefonkorn Ja? Auf dem Weg Die verletzte Person muss von einem Arzt untersucht werden Einfach zu lange gebraucht Lass uns nach oben unterwegs Lass uns nach oben unterwegs Auf dem Weg Fahrzeug 44 hört Auf dem Weg Fahrzeug 44 hört Fahrzeug 8 hört Wieder ein Auf dem Weg Ja? Auf dem Weg Fahrzeug 44 hört Fahrzeug 44 hört Eine Spur hat die Polizei zugemacht Eine Person hatte einen Schlaganfall Sofort behandeln und abtransportieren Ja? Leitfunkstelle Frankfurt und Einsatz Nef 282 Nef 282 Ich wiederhole Nef Warten lässt Ende Achtung Einsatz 383 Einsatz 383 Nef Fahrzeug 29 hört Auf dem Weg Auf dem Weg Ich freue mich jetzt von euch In diesem Video Ich danke mich für's zu sehen Und sage mir Schüss Und auf Wiedersehen